Was war das für meine Eltern? Egal, wer geguckt hat, wer beurteilt hat, wer vielleicht verurteilt hat. Eins war immer klar, meine Eltern haben mir immer deutlich gemacht, du gehörst zu uns und wir gehören zu dir. Vielleicht war diese Liebe meiner Eltern auch so der Grundstein dafür, dass ich dann später gar keine Probleme hatte, auch zu glauben, dass auch Gott mich lieb hat. Auch er ruft mir in seinem Evangelium zu, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Gottes Liebe lässt sich nicht an zehn Fingern abzählen. Und ich weiß, dass das, was mir mit meinen Eltern widerfahren ist, was ich durch meine Eltern geschenkt bekommen habe, dass das nicht selbstverständlich ist. Wie ist das bei Ihnen mit dem Angenommensein, mit der Liebe? Darum wird es gehen, wenn wir am 8. März im Christuszentrum Arche in Emshorn zusammen Gottesdienst feiern. Sehr gerne auch mit Ihnen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!